7 Klugzeug und ich fahr grad voll in die falsche Richtung Wir brauchen die Tickständer und Das muss glaub ich jetzt gar keiner wissen Was ist denn los mit dir Oh Gott? Also ich hab jetzt grad verstanden Ständer. Nein Niii Ständer hat ja niemand Nein, tut sich gar nicht Haarenウ случае Nein, ich hab... Bei mir ist Mutti des Rohr draußen Was ist denn der Bitch? Soll ich dich doch sammeln? Oh ja, wenn du willst, kannst du das gerne machen für die Kühe, weißt? Mumus Die Mumus brauchen Futter Futter, Futter, Futter Wut kaputt Oh Gott Boah, Hilfe, ey Was denn? Wo bin ich denn jetzt hier landet? Ich verlochdrecker vor Ort, das Spiel soll eigentlich verfehlen unterladen Menno Wie denn dauert es jetzt? Sohne muss dahin, wo ich hingefahren bin, daher kannst du hinfahren Dahinten ist so eine schöne Ja, da habe ich ihn auch eingeparkt Aber hat er gehört? Hey, ist dein Konflikt so Fischer? Stand? Von was redest du schon? Machst selbst Gespräche Ach so, jetzt aber Ich habe gesagt, du sollst einen Patch runterladen Aber normalerweise geht das mit mir, kenn ich Nee, man hat überfällt Ich habe dich nur verstanden, wie du selbst geredet hast Nee Hascht, hascht Ich habe gesagt, du musst dir noch einen Patch runterladen von 300 Megabyte Also ich bin nur alleine zuhause, ist Malta sich ein Gesicht und hat noch ansonsten Nein, wie ist es dir? Hast du eingetrunken? Nee, ich habe aber einen Sixer noch Was sechs hast du an? Einen Sixer Bier Ah, Bier Wasser mit Schaum, Wasser mit Schaum Ich habe mir das Bier angezogen Nein Ich habe mir das Bier reingezogen Ich habe mir das Bier reingezogen Dann darf nur ich Aber entwirkt das nicht Kann sein, dass es wegen dem Hintern ist Ich habe mit dem Hintern reingeschoben Mit dem Röhrli Mit dem Röhrli Mit dem Röhrli Weißt du Wenn du wirst, hast du müssen nur furzen und dann hast du den Bär Hey, willst du einen Bär? Wie hast 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 du einen Bär? Oh Gott Oh verdammt Oh Jesus Oh nein, die haben Bäume Der Jesus scheiße schon wieder ein Oh Gott Das haben wir warnt Samenwagen Samenwagen Was für ein Samenwagen 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 Na Wo sind denn die ganzen Leute hier? Ey Mia, ich bin am Arbeiten Ich weiss, wie das geht Andersrum, andersrum Der ist zu groß Der ist zu groß Ich will die Maestrin lehre Wieso steht denn der Trecker immer woanders? Ich weiss, ich verstehe Bestimmt die denn Mia kennt, wo hier reingefahren ist Nee Ja, ich weiss wer es war Da oben, das scheißbier Nein War ich jetzt schon wieder Du bist doch da reingefahren Du warst alles Du bist ja Du bist immer schuld Ahja, einer muss sie immer schuld sein, oder nicht? Mit was? Mit was denn? Wie unschuldig? Was? Ja hast du jetzt satt Was? Was ist denn los mit dir? Der ist zu groß Guck Ja 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 Ne Ja Ja Ich hab meine Haus Ja 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 Oh my god Ich hab meine Haus Nein, aber Sissi will ihn haben. Fass den doch mal an. Hey, da. Ich schläge auf den Hänger. Ja, will ich es auch sagen. Ich kann ja nicht gerade ausfahren. Hast du wieder Bauchschmerzen? Nee, Pippi in Auge, da Pippi in Auge. Der Doktor, der ist zu groß. Ja, mein kleiner Sohn, was soll ich dagegen tun? Das? Mein Sohn, was soll ich dagegen tun? Ich kann ihn nicht kleiner machen. Kürzen doch mit der Hacke. Aber das ist schweizart. Was sieht aus raus? Ja, wie so ein Luftballon. Ja, so. Pfff, 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 pfff. Das ist das Geräusch schon die ganze Zeit. Das nächste... Meine brauchen mit Stroh eigentlich. Mir? Vier Kühe? Ja, dann sollte mal irgendjemand das schnell einsam nehmen bevor ich grob. Und dann Groppalt? Also, hallo. Dann Groppalt. Alter, Lösi! Was? Und ne... Ach doch der Löfsi... Du hast ja den Löfsi... Ich komm gar wieder... Ich bin gar nicht so gelaufen... Ah jaa! Tchuu! Oh jaaa! Ah tschuuu! Oh jaaa! Schmall? Wenn ich nur Teamspeaker habe, ist alles ok. ich glaube bei dir in der Nähe sind die Asylanten, die dir alles klauen, oder? das ist ihr ne das sind alles die Inder, die waren nicht zu dir du musst immer nicht sein zu den Indern, dann hast du auch immer Indernit ah, und darum haben wir auch Indermühle ja genau nein, bei uns heißt die Firma Indermühle John, John, komm her, komm her John, Johnny ich, komm her, ich will das Rohr rausfahren ich will das Rohr rausfahren jetzt Moment mal, komm mir ja nicht aus dem Arsch und ich komm mit ihm nicht aus dem Arsch ekrochen ich kommst du, hier kommst Johnny John, kommst du, kommst du, kommst du kommst du, kommst du, kommst du, kommst du LF 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 Lanz Simulator richtigen Fünften nun haben also gehört zu den Ablust zu den Pätschner in Lade ganz überlegt schicken vielleicht nach dem Sitz war das ist der Film der Gäste das will ich den ganzen Tag in dem Link in dem Link in dem Link in den in der ja doch nicht mehr aus sondern bei den Facebook Buckei er kommt die ganze Zeit hier Dankeschön Kommt immer her Armin hey bei der Ohren schon maximal sie können Schick mit Schickmitteln ich will den Ort da er auch hat ein Ding aus Bezüglichkeit Prozent 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 und hier ist die Erinnerung Anfänger ich bin schon ich bin noch türker fahrer mein freund ja ist denn los mit ihr ja ich schreie Prozent ich schreibe ab und nennen ja klar wie das wiesig erlte die Spielbauer und die Abo hier die Bedeutung und schneller die Hörer auch die Hälfte an den Zollegapier die Städte erlte so bleibt die Hälfte bleibt stehen ich habe es sei denn Träger wegfahren da weil der Wiener Trecker fahren ihm hat Dreck gefahren der Katrin es ist nicht mein Trecker des Niers Decker ich bin ein Problem es ist das wird der mit dem Rollstuhl Ding ist leider ja was ein Sniper wo es ein ein Trecker ist die Karte das wäre doch geil oder Battlefield den Ertrag der Worte Rettet den Führersatz der Gegner der Satz der Diener er war Prozent du kannst du fahren schon die Karte Zerrall im Haus war schulst die in den Klärken und ich jetzt in den Kursen der Selbsthilfgruppe das Projekte Prozent er ist immer nicht so treffend auf dem Dorf aber richtig geil so lang geschossen auf den Acker, weil ich krug am Morgen um 5 Uhr vielleicht soll ich in Leverkusen mit Trecker langfahren, Trecker Challenge den will ich sehen Johnny, du bist im Weg Johnny ist voll im Weg da hält die arbeitende Bauern ab komm ich jetzt schon, hop, komm, bei Fuß, komm, put, put, put ich bin kein Wund ja, miau guck mal, ich schieb mir mal von hinten an, ja das sind schneller Jöte, alte Mannes ja, ich bin früher mit meiner Katze immer Gassigange du, alter Mann, ja genau, wahrscheinlich weißt du, meine Katze ist mir ach, guck, nee ich hab meine Katze damals Krümel genannt ja, nee, ich bin mit meiner Katze immer Gassigange raus, wie ein Hund echt? ja und ich hab's auch Pippi genannt so, bleib stehen ja, fahr, fahr, fahr also Mia, Mia ja, den Chaot Braun wirft us fahr, fahrfalla was, was für Chaot Braun wirft? bin wohl Sam achso achso ich hab mich zurückverstanden ich hab mir einfach was gesagt oh Jesus oh verdammt oh Sam Alter oh 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 weck ist wie sie ist weg er macht wieder seine arbeit in den Dingen in Prozent du hast es mal mehr als Schilder er hat er hat er hat er muss bei jeder Rechnungen bezahlen er muss gerade wieder und genau gehen er muss auch die Tomatenfücher wäre auch... äh... 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 So wie bei den Twender Halfman... äh... äh... Au, ich bin ja schon voll! Das fällt aber früh ein... Und fährst du auch Trecker oder was? Alter ich bin doch nicht mal voll! Ich bin doch her! Ich stelle mich vor Freioberkörper, Kuhl, Schwarz, Schwarzmann... Warte, 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 warte... So, jetzt hat's... Äh... No Kommentar! Ähm... 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 Johnny? Ja, Mirkart? Und wo fährst du hin? Abgeben? Ja, äh... wo? Ja, deswegen fährst du dich ja, wo du hinfährst! Moment! Ich guck mal einfach, wo mehr geht jetzt! Also, wenn du zurückfährst... Und... ganz zurückfährst du mir, dann zeig ich dir das! Sag doch einfach nur hin! Ach, das ist eine komplizierte! Da steht da! Ja, ja, da steht da! Ja, als ob du schon lesen kannst! Nein, da vorne sind doch die zwei Silos! Ja... Ja... Was redest du denn eigentlich? Kannst du sagen? Ich weiß nicht... Lager... oder... beim... Sag doch einen Namen! Lager! 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 Was ist ein Lager? Lager! 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 Oh, jetzt geht's los! Oh Jesus! Oh... Oh fuck, oh god that shit. Alarm, mann! Alarm! Halle mal, Halle mal, Halle mal! Butter! Alarm! Nein, Butter! Warum gucken die Stimmlauen die Japsenkenner, äh, keine Piratenfilme? Oh, scheiße. Richtig. Knappes! Ja, sag mal, warum? Weil die können keine R. Nein, das machen schon die Schweizer. Was? Die Schweizer sind meine Reine. Oh, BiaCat. Oh, Sisi ist wieder da. Huchy, Reschli, gell? BiaCat, aber gib zu. Die Schweizer und der genau BiaCat. Nein, nein, nein. Genau, ich erfinde. Ich erfinde alles. BiaCat, Sisi. Tschüss, Sisi. Ja, Tune, ich hab schon mal für dich vorgearbeitet. Sieht stark aus. Ja, schön. Ich bin ganz, ganz mild. Ich bin ganz stolz auf dich. Wo ist denn hier, Katli? Da. Da, Katli. Da, wo du nicht bist. Alter, ist hier so verbrannt oder ist gerade der Acker, der bei mir rüberzieht? So, ich beende jetzt mal die Aufgabe, jetzt sag mal Tschüss. Die Aufgabe, ja? Die Aufgabe, ja. Die Aufgabe, ja. Ja, ja, jetzt so. Ja, ja, genau. Und deswegen kannst du nicht reden, gell? Ja. Dann weiß ich jetzt so. Genau. Ich bin blind, ich hör nichts, gell? Das soll dich nicht freuen. Abgetankt heißt der, du Idiot. Ich hör nichts. So, ich sag jetzt mal Tschüss ihr auch. Tschüss, 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 tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschau, tschau, tschau. Tschüss, geh doch. Ja, ich nehme es jetzt auf. Rechts lenken, rückwärts vorne, rechts lenken und rückwärts gleich. So. Ey, guck mal, das ist doch, das ist doch hier. Super, bravo. Ja, ich nehme es jetzt auf. Ey, wenn das andere guckt, die schon seit drei Jahren fahren, ey. Warte kurz, warte kurz, warte kurz. Ups. Vorbildlich. Ja, der ist eingestellt. Der ist eingestellt. Ja. Ich gebe Mühe. Ja, das ist gut. Ja. Ja. Er ist einfach nur nur ein Traiere. Ich hab versagt, wenn du voll bist, du fast voll bist. Ich glaube, du dass du 90% aus. Ich muss so leicht tempo halten und du musst so leicht die Auf Celtic noch Mosklese nicht überfüllen werden. Ich glaube, ich bin sich nicht überfühlig. Überfülle geht nicht. Ne, man hält der Häxler und meistens, uns brecen ćeteen ProgrammeER DA montrer slash an , weil du alleine spielst, kannst du einen Helfer, versoід-treter인 있다는 Tom�ячendes lèmes, Perk windsorfer Leben. Und dann fährt ja alleine. da kannst du nebenbei so abfahren wie du jetzt drückt am besten die Taste 3 nur wenn du einmal drücken und dann fährt er nicht drauf bleiben sonst glaube ich mach da einer aus 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 nee der macht dann gar nicht nee da macht dann voll auf 52 oh der Rollstuhlfahrer wieder hier mit seinen Ketten hinten hey Gorsche wie viel Platz hast du in dem Krüger 40 komm schon rum mit dir mit dem Arsch mein Hänger ja 45 45 sogar oh das ist jetzt fertig ich hab gar nix mehr äh doch mal kurz ich hab kurz wieder ich würde ja gerne mit dem Lkw füllen hab ich dann 59 ja das stimmt das viel mehr also ich würde lieber mit dem Lkw äh sorry da hab ich jetzt so aus mir warte kurz warte warte am besten du fasst so hoch so gleich wie ich so vom Tempo her die ich meistens schön machst du das ich gebe mir Mühe Prozent bis der Kummer neben die Stadt ich bin ich schaue ich sitze innen drin und schaue auf dich ich muss einen Blick auf meinen Lehrling haben Oho Lehrling also die Kamera wechseln meistens also Innenansicht ja mach ich meistens also wenn Lenker das ist natürlich noch geiler ich fahre nur Innenansicht ich nicht immer also ich fahr immer Innenansicht außerhalb Dresch und Häcksler Johnny ja ich bin da äh 11 Uhr die Lichter gehen an ähm einen kleinen Tipp wenn du hier wendest bevor das Feld aufhört kurz nach rechts lenken bisschen fahren und dann nach links und dann kannst du die Kurve okay äh schaffst du das? ähm muss ich